Hallo zusammen! Auf der Suche nach dem perfekten Schokoladekuchen? Mit diesem einfachen Rezept liegt er garantiert richtig. Er ist saftig, fein und natürlich und gehörschokoladig. Es ist schnell, nicht schwer und unglaublich lecker. Probiert das auf jeden Fall! In einer Schüssel Zucker, Mehl, Backpulver, Kakaopulver, Vanillezucker geben und alles gut vermischen. Dann noch Pflanzenöl und Wasser geben und alles zu einem glatten Teig vermengen. Teig in eine gefettete Springform oder in Form mit Backpapier eingießen und im heißen Backofen bei 180 Grad backen. Für Schokoglasur in einer Topf Kakaopulver, Zucker, Butter und Milch geben, alles gut vermischen und zum Kochen bringen, nach Wunsch Erdnüsse geben. Glasur gleichmäßig über den Schoko kuchen gießen und trocken lassen. Und das war's. Guten Appetit!